Herzlich Willkommen zu einem Video von mir. Ja, ich würde sagen, das ist ein kleines Vorstellvideo. Also ich bin der Leopold. Ich kann auch in meinen Videos dabei sein, wird Connor, ein guter Freund von mir. Wie ich in meinem anderen Account, WackelpuddingMüller, auch schon gesagt habe. Wo ich auch einige Minecraft-Videos hochgeladen habe. Aber ja, das ist mein Aufnehmen-Raum. Mein Videoraum. Oh, da ist gerade mein Bruder. Aber ja, also ich würde sagen, jeden Tag kommt ein neues Video. Ungefähr ein Video. Naja, heute sind die Regeln schon gebrochen. Ich habe ein Lego-Let's Playbook geladen, was etwas blöd geworden ist. Aber naja, wir sehen uns. Ciao, ciao.